A, B, C. Fußballer, B, C? Erste Frage. Wie lange muss ein Baum wachsen, bis er als Weihnachtsbaum geeignet ist? A, 3-4 Jahre, B, 4-6 Jahre oder C, 8-10 Jahre? Ich spiele Sportbocker. Richtig ist C. Beide falsch. In welchem Weihnachtsfilm schaut Tim Christa am liebsten? A, Kevin allein zu Hause, B, Last Christmas oder C, verliebt im Leben? Kiste. Diesmal beide richtig. Ja, Kiste. Und letzte Frage. Welcher Spieler hat bei FIFA 23 das höchste Rating? A, Lionel Messi, B, Karim Benzema oder C, Kevin De Bruyne? Ich spiele kein FIFA. Ich spiele auch kein FIFA. Karim, Messi. Gruส Ja, Lute? ología Nein. Genau. Nein. Nein. Nein.